Dürfen wir die nicht scannen? Oh, wir dürfen die Tür aber öffnen. Speiwanzen. Datenpad. Argnid. Notiz des Aufsehers. Speiwanzen-Schleim ist gefährlich. Vermeidet jeglichen Hautkontakt, wenn ihr ihn für Granaten sammelt. Ich habe neulich selbst gesehen, wie er sich durch eine Waffe gefressen hat. Da die anderen Viecher auch alle dann sterben, würde ich schon alle Türen öffnen, um sich von dem Leid zu befreien. Das war Hungerns. Das ist nämlich viel schlimmer. Oh, außerdem sind die Behälter drin. Hey. Das ist es doch wert. Es geht ja nicht nur um den Behälter. Brauchen wir gar keine Munition? Ist ja eigentlich sonst noch irgendwas zu scannen. Oben noch irgendwas Interessantes. Außer, glaube ich, mehr Gefänge... äh, Käfigen. Gefängnisse sind es ja nicht. Hm. Hier unten. Das war's mit ihm. Oh, doch nicht. So, alles mitgenommen. Schütz zerstören. Ist hier eigentlich noch was drin gewesen? Nein. So, beim Koloss gibt es vielleicht auch noch einen Eintrag. Und einen Behälter gibt es auf jeden Fall noch. Nee. Hier haben sie anscheinend kein Datenpad gebraucht. Der Koloss war offensichtlich, was der macht. Hm. Was ist hier unten eigentlich? Wir haben ein Raddienstesystem und ich will, dass ihr sie findet. Es gibt doppelte Rationen für denjenigen, der sie mir bringt. Galloway? Alles okay bei Ihnen? Ja, Sie haben hier ordentlich aufgeräumt, Ryder. Wir hatten bisher keinerlei Probleme. Das da drüben hört sich nicht so gut an. Gucken wir mal. Oh, das Ding sollten wir deaktivieren. Wenn der Pilot es schafft, in diesen Panzeranzug zu steigen, haben wir ein Problem. Sie ist zur Wartung an das Netzwerk angeschlossen. Ich kann ihre Systeme deaktivieren. Klingt gut. Wenn der Antrieb über einen geladenen Kern verfügt, könnte er möglicherweise explodieren. Keine Ahnung, was genau in diesen Tanks ist. Aber ich könnte es ausströmen lassen. Chlorwasserstoff. Das Zeug durchdringt jegliche Schilde. Wenn wir nicht vorsichtig sind, schadet es nicht nur denen, sondern auch uns. Nee, Chlorwasserstoff werden wir nicht benutzen. Ups, ich mach das immer gleich. G beendet das. Gut aus, als hätten Sie jede Menge Optionen. Die Hydrapanzerung deaktivieren, definitiv. Deaktivier die Hydrapanzerung. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen müssen. Alles klar, Pathfinder. Das ist die sicherste Option. Obwohl wir den mit dem Pilot wahrscheinlich keinen töten können. Dann hätten wir sie vielleicht selbst benutzen können. Das weiß ich gar nicht, ob das hier geht. So. Eine Waffe. Hat sie doch schon gesagt, oder? Schöne Feuer-Kombo. Das ist eigentlich irgendwie auf die Dinger schießen. Okay, gar nichts. Irgendwo da drüben ist noch einer. Die Dinger sehen fies aus. So. Auch immer dieser eine Gegner ist. Angeblich ja hier unten irgendwo. Ah nee, über uns. Besser ja. Das war echt schrecklich. Ich wusste ja, dass ihr sowas macht. Aber euch dabei zu helfen ist... Nicht so schön. Mhm. Genau deshalb wollte ich dich immer von dem fernhalten, was ich gemacht habe. Aufregung und Abenteuer sind nun mal oft auch mit Schmerz und Blut verbunden. Verstehe. Naja. Ich glaube, als nächstes müsst ihr durch die Tür. Das ergibt Sinn. Wollen wir mal gucken. Ist hier drüben noch ein Behälter? Sid, was erwartet uns jetzt? Sid? Oh oh. Sieht aus wie... Sid? Ich glaube, jemand hat mein Shuttle gefunden. Flieg weg. Ich höre... Ich glaube, ich muss... Oh nein. Verdammt, Sid. Sid! Sid, bitte komm! Sie haben sie gefunden. Sie werden sie töten. Warum musstest du die Heldin spielen, Sid? Das war dumm. Schrecklich dumm. Noch ist Zeit. Vetra, wir können es noch schaffen. Sid ist ein Druckmittel. Sie werden sie noch nicht töten. Wir müssen nur schnell sein. Sie haben recht. Ich glaube, ich kann Sid's Signal verfolgen. Das müsste uns zu ihr bringen. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Müssen aber vorsichtig vorgehen. Sie haben meine Schwester. Mhm. Oh, da ist auch noch ein Schütz. Jetzt wird's anstrengend. Uh, aua. Noch ein Adi. Ja, war fehlend. Boah. High-Fund-Zuschütze auch an. Jetzt mal ein bisschen weiter vor. Sie kommen direkt auf uns zu. Jetzt können wir allerdings auch das hier benutzen. Was auch eine Menge Schaden macht. Mhm. Wir deaktivieren die Geschütze mal auf eine andere Weise. Wow. Verdammt, Vetra. Oh, hier hätten wir sie deaktivieren können. Das hätte man mir früher sagen müssen. Ah, Boss. Ja. Die Waffe ist sehr lang. Noch eine Falle. Oh, oh. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt tun, Pathfinder. Oh, die Granate. Die Explosion wird auch Sie töten. Dazu lassen Sie es nicht kommen. Vetra. Sie ist keine Bedrohung. Kommen Sie schon. Die Kleine ist keine Bedrohung. Lassen Sie sie gehen. Sie hat mein Sicherheitssystem gehackt. Und sie ist so groß wie Sie. Waffen runter. Okay. Na super. Komm schon. Schnell weg mit der Waffe. Oh, yeah. Puh. Tötet sie. Tötet sie alle. Frag mich, was passiert wäre. Hätten wir nicht geschossen. Hint. Runter. Und bleib unten. Ich gebe ihr Deckung, wenn ich kann. Puh. Schlafschütze. Sollte nicht überleben. Da gehen noch mehr von Mary Weathers Leuten in Stellung. Oh. Agent. Braucht man einen besseren Ort. Anarchist. Da drüben kommt wohl noch einer. Den kriegen wir gleich. Der bewegt sich nämlich nicht. Dann machen wir das Geschütz mal kaputt. Und werfen Neues da hinten hin. Feuerunterstützung. Zack. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir... Mir geht's gut. Denke ich. Okay. Puh. Bring wir dich zu deinem Shuttle. Ich glaube, das war eher eine gute Lektion. Ups. Ich wollte das jetzt gar nicht respawnen lassen. Zack. Puh, Mann. Ah, noch mehr Überreste. Ja, es hätte glatt schief gehen können. Möchte ich dazu sagen. Das war definitiv nicht so sicher. Und ich glaube, ich habe Mary Weathers auch nicht getötet. Ich glaube, sie konnte abhauen. Das hier sind einfach nur so kleine Räume, wo Gegner spawnen. Auch sehr interessant. Okay, Munition haben wir. Sit. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Ich... Ich bin okay, denke ich. Hilfe ist unterwegs. Es geht uns allen gut. Dank Ihnen. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid, okay? Du kannst dich nicht einfach mit Leuten von Gadara anlegen. Die sind gefährlich. Ich... Diese Leute wollten ein Neubeginn. Sie wollten keine Exzellenten mehr sein. Niemand hat ihnen eine Chance gegeben. Also dachte ich, dann mache ich das. Ich helfe ihnen. Sie hat das Richtige getan. Es ist nur ein Unterschied zwischen Sit hat das Richtige getan. Aber ich finde wirklich, so gefährlich es auch war, es war eine gute Entscheidung, ihnen zu helfen. Das sind gute Leute, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Ihre Schwester hat das Richtige getan. Sie hätte trotzdem mit mir reden sollen. Das ist richtig. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mein Job hat hässliche Seiten. Und mit denen solltest du dich nicht beschäftigen müssen. Du hast auch in meinem Alter angefangen und bist gut damit zurechtgekommen. Aber nicht freiwillig. Du hast gesehen, was hier passiert ist. Das ist kein lustiges Spiel, Sid. Ja, und anfangs war ich auch schockiert. Aber jetzt verstehe ich. Und ich komme damit klar. Ich will nicht, dass du das musst. Wie auch immer, ich gehe zurück zu Nexus, wie du es wolltest. Reden Sie mit ihr. Klingt, als sollten Sie beide ein langes Gespräch führen. Aber vorher braucht sie etwas Zeit zum Nachdenken. Und ich auch. Und das ist okay. Hey, wenigstens sind die Siedler in Sicherheit. Danke für Ihre Hilfe, Ryder. Können wir jetzt von hier verschwinden? Natürlich. Ab mit ins Shuttle. Hm. Okay. Das hätte sehr böse ausgehen können. Loyalität errungen. Ryder hat sich die Loyalität von Vetra verdient. Wunderbar. Wir fallen erst mal ein ganz schönes Stück. Das Leben als Freischaffende hat durchaus seine Vorteile. Dann ist Kaderah für sie verlockend. Ich bin in dieses Leben geraten, weil ich musste. Ich bin gut darin. Aber das bedeutet nicht, dass es gut für mich ist. Oder für Sid. Deswegen sind wir hierher gekommen. Möglichkeiten. Oh ja. Möglichkeiten ohne Ende. Sand oder Eis. Geißel oder Killer-Aliens. Ja, also. Das stimmt irgendwo. So. Und ja. Ich würde mal sagen. Mit dieser sehr interessanten Aussicht. Das war Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder Class of LP. Und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss.